Moin Moin und willkommen zurück. Diesmal geht es weiter mit Zelda und wir befinden uns hier sozusagen in dem Wütengebiet immer noch und wir haben den Tempel gerade geöffnet durch unsere Kombination, die wir da hinten eingegeben haben. Jetzt gehen wir mal rein, bin gespannt. Okay, die Musik ist ganz klar abgefahren. Da muss ich mal was reinwerfen, nein. Nichts Tolles, aber immer hin, wir sammeln alles ein, was wir sammeln. Und da wollen wir eine Bombe reinwerfen sich jetzt sicher, oder? Okay. Oh nix. Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar Feature drin und da oben ist eine Bombe. Das heißt, wir können unser kleine Manikin hier flattern lassen. Wer regelt das für uns? Ja, lass mal hier was reinwerfen. Okay. Okay. Okay, nur ein Diamant, aber das ist ein Schalter, den müssen wir wahrscheinlich betätigen. Behaupte ich mal. Okay, dann müssen wir das... Mal gucken, ob die Viecher auch mal loswerden können hier. Mal gucken, auf der anderen Seite noch, ne? So. Mal gucken, auf der anderen Seite noch, ne? So. Okay, das kommt jetzt schon. Wer ist die Gegner killen? Ja. Und dann... Schafft er das noch? Ach, mach guck ich tatsächlich. Das ist halt ziemlich cool. Ja. Dann sind wir alle killen hier und jetzt können wir, glaube ich, da mal rüber laufen. Versuchen zumindest. Was? Mal reingehen. Ein Diamanten holen. Äh, Rubinen, Entschuldigung. Und laufen. Uh, das ist für eine enge Kiste. Aber gerade so. Da ist noch was drin. Ah, nein. Kurz warten. Und... Los geht's. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ich frage, ob wir da auch noch mal hinlaufen sollten. Die Seite. Kommen wir da rüber? Ja. Oh, war das? Oh, eine kleine Schatzkiste. Ich freu' mich. So. Ist er drin? Rubinen! Und... Das hat die auch gelobt wieder. Also ein bisschen sparsam mit dem ganzen Rubinen-Kram hier, aber... ist ganz gut. So. Rein da. Oh, wer ist denn da hinten? Okay. Geht's mal platzieren? Der auch. Dann würden wir hier die Gegner machen. Bomben eingesammelt. Perfekt. Okay, jetzt können wir die Kisten bewegen. Können wir die auch bewegen? Ja. Ja. Die Frage, wofür bewegen wir die? Muss man hier irgendwas Gestüttes bauen? Muss man das hier nachbauen? Ja. Wissen Sie, dass die Kiste da hin muss? Die Kiste da, wenn es genau gleich aus geht mehr, ist es nicht, ne? Können wir gut vorstellen, aber... Na ja. Da müssen wir jetzt natürlich die Viecher da killen. Wenn es geht. Oh. Oh, das war's. So, den anderen killen wir auch. Ja. Oh, feiner Schlag. Okay. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen Kisten. Die hier können wir schieben. Komm mal auf. Wie soll ich mich hier heranschieben? Komm ich da ja nicht hoch, ne? Warte, warte, was ist das doch? Dann schüttel ich hier auch nochmal. Oh, ich komm nach hoch. Hab ich nicht gedacht. Aber es geht anscheinend. Gut. Dann können wir auch hier reingehen. Da vorne war auf jeden Fall nochmal ein Schlüssel, den wir brauchen. Im ersten Raum. Oh, oh. Ich dachte, es kommt jetzt ein Gegner. Kommt keine Arme. Hier kommt eine Speicherstelle. Die nehmen wir mit. Diese Bombe. Okay, die Bombe kann man bestimmt diese Holzkisten fallen lassen. Die sind da hinten. Ich bin da weg. Vielleicht nur auf dieser Seite. Dann an der oben vom hier. Da hinten vielleicht nochmal. Da werden viele. Da müssen wir vielleicht auch mal da hinten zerstören. Obwohl, ne, muss man ja gar nicht, okay. Wann hab ich diese Sanddinger da wegballern? Hier mit? Oh, okay. Gut, den haben wir weggemacht. Da kommen wir noch nicht durch. Da sind... Da ist Lischensand. Jetzt kommen wir erstmal hinten hoch. Der Monsterhorn. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel, ich hoffe, es ist ein Schlüssel. Yes. Schlüssel in vorne. Wir gehen trotzdem erstmal hier hoch. Da kommen wir nicht hoch. Da muss erst die Kiste weggeschoben werden. Okay, das machen wir wahrscheinlich von der anderen Seite aus. Nein! Haha, ich wollte die Treppe runtergehen. Ey, leider. Schwere. Ja. Jetzt gehen wir nochmal raus. War hier Schlüssel? Ne, der war hier draußen, ne? Was war denn? Das war... War nicht? Aber hier, ne? Genau. Danke. Okay. 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 Okay, darf man auch nicht machen. Oh, warte mal. Kann man auch bestimmt... Da geht's doch auch. Da geht's schon mal weg. Dann müssen wir überlegen, wo wir längst sollen. Dieses wird sich bestimmt nachher bewegen. Und da können wir... Wenn wir jetzt auch hier... Warte mal weg! Warte mal weg! Dann haben wir uns doch gewundert. So! Warte mal weg, oder? Ich habe mich doch gewundert. Okay, das können wir jetzt lebendig machen. Okay, können wir nicht einfach so. Müssen wir drauf stehen bleiben und dann lebendig machen. Blut! Auch das ist nicht so schlimm. Okay, jetzt ist es schwieriger, jetzt bewegt sich das ganze Kram, ja. Und wir haben da auch, was sind das, Laser? Bestimmt. Können wir die Bomben zerstören vielleicht? Test mal. Hat keinen Effekt. Okay. Wow, 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 wow. Ganz ruhig da oben, ne? Okay, dann müssen wir nach links oder rüber, ich weiß nicht. Dann gehen wir nach drüber. Ah, guck mal, jetzt. So, was geht auf? Da drüben, okay. Da müssen wir rüber. Wo ist denn? Achso, wir müssen jetzt erstmal ganz schnell laufen, ne? Okay. Super. Das war jetzt gar nicht so schwer. Da drüben. Ah, warte mal. Das war drüben. Wafan, da habe ich gehofft, ne? Okay, wir gehen jetzt nach hier. Oh, klar. Oh. 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 Oh, nein. Ich hätte ja weiter links laufen sollen. Dann hat er auch fast kurz. mm-hm, ja. 確. Ja. Hallo, hm? Gut, denn der Laris라고. Ist der Marius hierעם, das ist die Marius благfrage. Und wie jetzt das Netz dann passiert? Das ist okay, ihr werdet. Ich lese da oben, aber nicht unten. Ah, doch, Alter. Okay. Aber hier war ich ja gerade eben. Das ist ja dumm. Das ist ganz viel normal laufen. Okay, machen wir. Los. Das ist schon blöd. Ich frage, wo ich hin soll. Ach, hier ist eine Tür. Hätte ich auch gerade eben mal reingehen können, ne? Da kommt ich gleich rein. Ich bin noch nicht aktiviert. Ah, nee, ist noch ein Gitter noch davor. Wir müssen irgendwas noch anmachen dafür. Soll ich selbst, wenn ich da hochkomme? Okay, jetzt. Oh. Naja. Da geht's auch. Oh, rein da. Die killen wir einfach noch so schon mal, weil die aber nervig sind. Ah, okay. Wenn man die bei den Steinen killt, dann geht da schon gleich der ganze Steinkram kaputt. Natürlich perfekt. Okay. Okay. Also kurz unterlegen, wo wir am schnellsten irgendwie wo was wie wohin kommen. Darüber springen kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Okay, aber da ist ja eine Treppe dahinter. So. Und das. Okay, es gibt ja nur diesen einen Weg anscheinend. Da sind eigentliche komische Viecher, aber das kommen wir da hinten längs. Hier gibt's aber auch einen Weg. Okay, geh erst mal drauf. Was hier drin? Du hast den magischen Krug gehalten. Diesen Uhr halten wir uns so in einem Fakt ein schlimm starker Wind. Okay. Gut. Ich weiß nicht, wie viel der ist, aber gut, dass wir ihn haben. Wo sind wir irgendwie da drüben? Ach, warte mal. Kann ich... Ach, Quatsch. Wie cool ist das denn? Okay. Oh. Und er ist schon wieder da. Wieder Affe. Kann ich ihn auch weg... Kann ich ihn auch wegblasen? So, hier gibt's eine Abkürzung. Ich stelle hier mal runter. Perfekt. Aber ein geiles Objekt eigentlich, dieser Wind. Huf! Okay, weg! Und aha! Das geht auch. Hä? Alles weg? Jetzt kann man die Tür aufmachen. Ah, das tut mir gut. Jetzt haben wir auch so viele Sandhügel gesehen, wo sich wahrscheinlich irgendwas hinter verbergt. Müssen wir uns mal überlegen. So, hier schieben wir jetzt den mal runter. Ah, ist immer wieder hier. Okay, ah, kann ich runter schieben. Können wir zur Seite schieben. Machen wir doch. So. Das wissen wir erst mal. Wissen. Wissen. Kommt mir vor, wie, wie, wie Luigi von, Luigi's Mansion mit dem Ding. Okay. Und ich nehme mal noch mit? Dann will er vollständig. Ich nehme mal noch. Okay. Ich nehme mal noch. Okay. Okay. Ging noch. Okay. 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 So. Okay. So. Dann sind wir ja auch mit dem Ding. So. 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 ja du musst jetzt wahrscheinlich schieben auf den knopf auf den schalter Befehl? Befehl? Wie geht's? so hier was ist das hier für ein ding? oh nein es wird dumm, 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 schaffe ich es noch? nein, nein ich hätte kurz warten sollen, dass die energie davon ist, aber nein, ich lauf einfach dann los, aber ich glaube ich kann es los kurz warten so jetzt mal auf, komm schon ja, die ja tätig perfekt wir müssen irgendwie da reinkommen Aber... Ach, mit dem Wind, okay. Wer? Ich hätte gedacht, das ist jetzt so eine Windmühle oder so. Aber wo ist sie, ist die Frage. Aber wir sind jetzt mal da rüber, oder? Okay. Hier ist das Ding. So, schön in die Vergangenheit reisen. Oh, jetzt sind das andere Viecher, okay. So. Ah, okay, warte. Das sieht schon nach der Ding hier aus. Okay. Und das sieht dann auch aus, ob ich da rein kann, wenn ich so mache. Steckt. So. Wollen wir schon aufpassen hier. Ah, das war klar. Kann man den auch noch wegpusten? Nee, kann man nicht. Oh, kann ich probieren. Oh, puha. Oh. Oh, ich bin los. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war schon klar, ne? Das war schon klar. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Das ist natürlich sehr ätzend. Ich hoffe, wir haben automatische Speicherung irgendwo gehabt. Okay, einen Puster haben wir aber schon. Blöd. Na gut. Dann wird das wieder raus. Die Tür ist schon auf, da unten. Da muss ich jetzt aufmachen. Die Tür ist schon auf, da unten. Wird jetzt nicht ganz so schlimm. Trotzdem ist es hart, weil diese Dinger da ja wirklich hart sind eigentlich. Oh. Da ist die Kiste. Oh Mann. Das ist völlig hundert leicht. Wegstecken. Und da ist der hier, so. Gibt der jetzt nicht runterhüpfen auch, oder bringt das nichts? Was ist? Ein Monsterhahn, okay. Das klappt, aber. So, wir müssen kurz überlegen, wie das machen wir. Kann man ja nicht zerstören, oder? Da kann man die Bomben erlegen. Nein, was machst du denn da? So war es nicht geplant. Hä? Ein bisschen doof. Ich bin zu spät. Bringt nichts. Bringt nichts. Okay, lass mal laufen. Oh. Na, guck mal da. Jetzt kommt den Stock an. Da bringt das nichts, ne? Das kann ich denn machen. Okay. 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 So, ich bin mit dir machen. Oh, come on. Oh Leute, da, da ist es gleich. Ne, da soll man nicht hin, da soll er nicht drauf. Er ist noch da. Nein! Nein! Alter, wie dumm kann man denn springen? Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Okay. Okay. Zumindest sind wir hier drüber angekommen. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Okay, komm schon. Oh, komm schon. Oh nein. Wir können jetzt dasária. Oh, komm schon, rein! platt da oben so schnell rein ok ja, komm her da haben wir auch was mit ein paar Herzen drin so ja 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 Okay, wir brauchen nicht unbedingt, aber das sind die Materialien, die Materialien können wir immer gebrauchen. Und Herzen nehmen wir auch immer gerne mit, da kommen wir kurz noch nicht rein, warte mal, vielleicht mal durchblasen. Aha, okay, ähm. Warte mal. So, das sieht aus. Ich weiß nicht, wer das da unten ist. Aber irgendwas kann da gar nicht hier. Wir sind dann noch runter. Ah, okay. Na komm. Wir sind schon auf die andere Seite. Oh. Oh, ein paar Herzen liegt es auch. Perfekt. Oh, perfekt. Okay. Jetzt mal da hoch nochmal zur Ruhe gehen, was da drin ist. Die Dungeon-Karte. Okay. Ich weiß schon mal, wo fast alles ist. Oh, guck mal, Zelda ist da oben. Da rein. Gut. Sehr gut. Aber ich glaube, hier machen wir einen Break. Denn das haben wir jetzt schon wieder recht lange gespielt. Ähm. Machen wir in zwei Abschnitte den Dungeon. Und, ähm, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.